Eine Enkelin von Georg und Maria, die Elisabeth von Trapp, lebt in Amerika und hat viele Konzerte gegeben. Aber am liebsten singt sie in der Heimat ihrer Familie, in Salzburg. Und für sie heute ein altes Adventlied, Maria durch ein Dornwald ging. Maria durch ein Dornwald ging, die Elisabeth von Trapp, lebt in Amerika und hat viele Konzerte tragen, Jesus und Maria. Musik Ein kleines Kind, ein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020